Jawohl, meine Lieben, herzlich willkommen zum zweiten interessanten Part von Dark Orbit, der anfängt tatsächlich wieder auf G1. Ich habe die letzte Stunde ein paar Sachen ersteigert, zum Beispiel den Goliath Exalted, den Leonhuv und den Vengen's Adept. Warum der Vengen's Adept, das kann ich euch nicht sagen, ich habe es einfach gemacht. In dem Schiff hier habe ich schon ein paar Sachen drinne, das Blöde ist halt, ihr seht, ich habe auch schon ein paar schöne Sachen ersteigert, so Munitionskauf-CPU, Jump-CPU gab es noch dazu und Rocket Turbo. Das Blöde ist halt nur, dieses Schiff hat nur einen Extraslot, bedeutet also, ich kann nur den Rap-Bot mitnehmen, was ein wenig schwierig sich dann auch gestaltet, weil ich an das andere CPU vom auktionsmäßigen Geld nicht rankomme. Ich habe 82.000 Credits und ich kann euch ja mal zeigen, also die CPUs, sie haben Preise, jetzt aktuell sind es bei 0, die sind immer so um die 1-2 Millionen, da braucht man halt doch schon ein bisschen mehr. Auf der 2.3 machen wir dann mal einen Damage-Test, falls wir irgendwo mal ankommen sollten, um zu sehen, was haut das Schiff mit X1 denn so raus. Raus-Raketen sind auch die normalen drin, Rocket Launcher habe ich noch keinen und ja, sonst hat sich, wie ihr seht, auch nichts verändert. Hier können wir nochmal den User aufmachen, 10K-Uri ist halt doch schon ganz nice, aber auch nicht das Beste. So, auf der 2.3 angekommen, der größte Feind sind die anderen Piloten, da haben wir es. In dem Fall die anderen Firmen, jetzt muss ich Simone finden, dann die Karte 2.1 besuchen, kein Problem, hier haben wir schon den ersten. 1000 Schaden gehen raus auf die Simone. Der Raketen-Damage ist im Übrigen auch das Doppelte, sprich also du machst nicht 1000 Schaden mit den Raketen, sondern maximal sogar 2K. Hier haben wir zwei Anfänger, die gerade unterwegs sind. Boss-Devo ist dann auch was, was ich jetzt nicht unbedingt haben muss. Simon, da haben wir fünf Stück brauchen wir. Wir haben eine Rakete zwischendurch und die trifft mit 1.8. Wollt. Simon Nummer 3. Und Nummer 4 kommt auch gleich dazu, sehr praktisch. Ja. Man kriegt hier gut Credits zusammen. Oh ne. Glaub's ja nicht. Das hab ich auch noch nicht gesehen, dass ein Sermon sowas macht. Also ich hab das schon mal gesehen, aber halt nicht, dass ein Sermon bei mir sowas vor der Nase macht. Das hätte ich jetzt nie erwartet, tatsächlich. Also das hab ich jetzt nicht gedacht. Oh, das Vieh muss ich zwar nicht schießen, aber kann man ja mal machen. Und jetzt fehlt mir noch ein einziger Level 4, zwei Jump-Scheine aktuell. Wieso hab ich denn zwei Jump-Scheine? Wo hab ich die denn her? Denn hätte ich das Home-Jump-CPU jetzt gerade intus, wäre es alles ein bisschen einfacher. Könnte ich mir ein wenig Zeit sparen. Oh, das gibt's doch nicht. Nein. Das Positive an dem Ganzen ist natürlich, dass das Schiff hier einen besseren Speed jetzt zum Beispiel als der Liberator hat. Wir sind beim Grundspeed mit den Speed-Generatoren mit 410 jetzt unterwegs. Wobei wir beim Liberator, den wir bis davor hatten, einen Grundspeed von 330 haben und die haben halt 410. Warum hab ich hier 410 jetzt drin? Ach, wegen Geschwindigkeits-Generatoren. Die sind vier Stück drin, genau. Gut. Einer bietet maximal 10 von den Besten. Es sind nur zwei von den Besten drin. Also das sind 20 jeweils. Und ich glaub, das sind 7 oder 5 von den nicht so guten. Ich könnte mir jetzt auch die erste Flex-Drohne gleich basteln. Die würde mich dann 100k Credits kosten. Aber ich glaube, ich verzichte auf diese Drohne und werde mir eine Iris-Drohne basteln. Die hat nämlich den Vorteil, dass sie zwei Slots hat anstelle von einem, wie es die Flex hat. Ihr seht, hier fehlt das und hier fehlt das. Das HNCO und das HHP. Können wir mal schauen, was das Ganze im Shop kostet. HHP sind 40.000. Dafür brauchen wir wie viele? Eins. Also kostet das 40.000. Und HNCO sind 20.000. Das sind 80.000 Uri. Die man ausgeben müsste, würde man sich's im Shop kaufen. Die Drohnen werden auch immer teurer. So, die erste Drohne, dankeschön Handy, kostet 15.000 Uridium. Da kann man sich die erste Drohne lieber so kaufen. Kleiner Gammler. Yo. 2, 3 und dann fliege wieder zum Kontrollzentrum. Ich werde mir das mal anders machen. Ich habe ja zwei Konfigurationen. Und da kann man, das ist ja das Schöne, kann man die zweite Konfig zum Beispiel, wir haben ja hier auch einen Extraslot, kann man hier das Homejump-CPU mit reinmachen in Konfig Nummer 2. Das heißt, wir suchen jetzt einen Mordonen wieder auf der 2, 3. Schießen den und nutzen das Homejump-CPU und fliegen hier zurück auf diese Korde. Kein Problem, Robbot ist hier natürlich nicht ausgerüstet, dafür ist natürlich das andere Ding ausgerüstet. Schnelltaste zum Wechseln ist C. Ich nutze jetzt gerade aber die Maustaste, die linke. Booster habe ich aktuellen Erfahrungsbooster für 5 Stunden, wo ich den jetzt her habe. Ich habe im Laderaum gerade gesehen, 334 Krempel drin. Das kann man auch veredeln. Und zwar, ihr macht das Ganze so und so. Und hier bräuchte man 10-10, dann könnte man das Ganze dorthin weiter veredeln. Brauche ich natürlich jetzt nicht. Weil, ist Quatsch. Muss nicht sein. Auktionsende ist übrigens in einer halben Stunde auf diesem Server. Also immer spricht zur vollen Stunde. So, haben wir das auch. Nutze ich das Homejump-CPU? Bin noch im Kampf. Das heißt, einmal die Konfig wechseln. Homejump-CPU ist aktiviert. Ich springe auf die Heimat-Karte. So. Unzerstörbar. Schließe 10 Missionen ab, ohne zu sterben. Präventivschlag. Zerstöre. Nein, bekämpfe den Demo-Angriff. Fliege zum Kontrollzentrum. 2 Wochen Premium gibt es geschenkt. Das ist aber nett. Der Demo-Larium-Angriff. Ich glaube, das ist die letzte Mission. Sogar jetzt hier im Tutorial. Und dann geht's los mit normalen Missionen. So, töte 30.000 Spieler in 10 Minuten und so weiter und so fort. Solche Scherze. Ähm, ja, wir werden's sehen. Hier hab ich nochmal gerade aufgemacht. 12.000 Rangpunkte, um Space-Pilot zu werden. Bin mit 3.400 aktuell Basic Space-Pilot. Wenn ich den Golliard ausrüste, habe ich natürlich 10.000 Rangpunkte. Anstatt, ich glaube, hier sind's 3.000 oder so in dem Dreh. Oder 4.000. Der geht ja gar nicht. 3.000 höchstens. So, Demo-Attack. Los geht's. So, ein Galaxy-Gate. Typisch seht ihr hier oben zählt gerade der Counter runter von 15 zu 0. Bis es dann weiter geht. Mit den nächsten Wellen. Also, es ist ganz schön zäh, muss ich euch sagen. Ich schieße jetzt hier schon gut eine Minute dran. An dem Boss-Salmon. Wenn du 600 Schaden plus halt drückst, dass du ein Boss-Salmon platt machen kannst. Das ist gefühlt wie ein Gamma-Kristallon gerade. Nur, dass er kaum, beziehungsweise gar keinen Schaden macht. Nice. Greenhorn. Und der zweite Boss, das Boss-Salmon-Dark hier allein. Ich bin gespannt, ob es dann noch eine Welle gibt oder ob das dann alles war. Eigentlich könnte ich ja stehen bleiben. Ich bin das immer gewöhnt wegzufliegen aus den Galaxy-Gates, wo man sonst unterwegs war. So, jetzt müsste noch eine Wave kommen. Genau, jetzt zählt es wieder runter. Geht gleich bei 13 los. 15 hat man sich so gedacht. 15 war es einfach. Wir machen das mal anders. Simone, 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 Simone. So, was gibt es da hinten? Mordone. So, ein Salmon und ein Mordone to go. Danach hoffe ich, war es das. Sei denn, nein, es heißt der Devularium Attack. Es sei denn, es kommt noch was. Und es wird wahrscheinlich noch ein Devo auf uns zukommen, der uns begrüßen möchte. So geht heute im Motto, ich bin auch da. Ich nehme jetzt X3, dann geht das alles ein bisschen schneller hier. Obwohl, kann ich mir eigentlich auch aufheben, das bisschen X3. Oh, gut zu wissen. Ah ja. Eine Quickshot-Leiste. Das hast du aber nur, wenn du Premium hast, habe ich aktuell nicht, weil ich kein Premium habe. So, da haben wir die 100.000 Erfahrungspunkte geknackt. 103.575 Punkte, um genau zu sein. Haben wir jetzt auf dem Konto. Das heißt, Level 5 ist unsers. Den Dreck vom Mordone nehmen wir auch mal mit. Und, was auch cool ist, jetzt gibt es ein, erstmal 1-1, damit es gleich ist, einen Boost. Hier gibt es ein Boss-Simon jetzt to go und da ist das Devo tatsächlich. Oh, drei Boss-Simon to go. Der gesamte Haufen macht ein bisschen Schaden, muss man ihm lassen. Aber, wir haben ja gelernt, wie man kreist. Und hier kann man es ja lernen, beziehungsweise wie man zieht. Kreisen geht ja so. Ihr seht, so gut bin ich nicht mehr im Kreisen, weil ich das selten jetzt mache, beziehungsweise lange nicht gemacht habe. So, machen wir mal das Devo. Das ist nämlich glücklicherweise ohne Schild angetreten zum Kampf. Und nur mit Hälfte leben. Trotzdem sind wir, ich glaube, bei 17.000 oder 18.000 HP, die wir hier wegschießen müssen. Oder sogar mehr, haben Devos sogar mehr. Geben tun sie auf jeden Fall 100.000. Ne, Quatsch, 50.000 Credits. Jetzt ist die Frage, ob dieser, äh, Konsorte das auch tut. Oder ob er so meint, ne, ich gebe dann natürlich auch nur die Hälfte. Also 25 kam. Aber bin ich jetzt gespannt. Oder vielleicht gibt er eine ganz andere Belohnung. Devolarium attackt, wie gesagt, bin ich jetzt noch nicht firm drin. Keine Ahnung. Werden es gleich sehen, was er raushaut. Wenn er denn mal drauf geht. Mit seinen, weißt du was ich, 3 HP, die er noch hat. Okay, noch jetzt. Gut, normale Devo-Belohnung. 16 Uridium und so weiter. Wunderbar. Und, normale Devo-Box kann ich auch gar nicht aufnehmen. Weil voll. Bedeutet, hier nochmal zu sehen, ja, Premium. Veredeln, das Ganze, ist angesagt. Kann man übrigens einstellen, dass das automatisch gemacht wird, veredelt wird. Wenn man Premium hat, versteht sich. Also, ohne Premium gibt es da nichts. Lästig, lästig, lästig. Und jetzt stell dir vor, du hast das Spiel noch nie gespielt. Wusstest vielleicht nicht mal, dass du sowas hier in dir nehmen kannst. Machst den gleichen Schaden, weil du genau die gleichen Items hast, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe hier keine Laser oder Schilde oder irgendwas anderes. Ich habe hier nur ein anderes Schiff. Und dann sitzt sie hier eine Viertelstunde in diesem sogenannten Galaxy Gate. Was du ja nicht kennst als Galaxy Gate. Hier steht ja nur Devo-Larum-Attack und hast nur ein Devo halt gesehen. Das könnte schon frustrierend sein. Könnte ich mir vorstellen. So, gleich geschafft. Gleich ist er kaputt, der letzte. Und dann kommen wir zur Belohnung für das Gate, hoffe ich mal. Nicht, dass ich jetzt noch mehr Devo-Larien schießen muss. Nein, jetzt kommt die Gate-Belohnung. Schauen wir mal, was es gibt. Ich ziehe das Ganze mal ein bisschen größer. So. Einen Elf-Zwei. Danke dafür. Geh weg. Er ist B. 5000 Uri. Jetzt könnte ich mir eine Iris leisten. Aber Er ist B. Ja, läuft. Und Einen Elf-Zwei. Also, für die Heimatkarte wieder sehr praktisch. Ein einmaliges Angebot. 500 extra Energie und Schadensbooster. Ich drücke mal auf Zuschlagen. Mal gucken, was da kommt jetzt. 4,99. Alles klar. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Folgen davon sehen wollt, wie ich hier mit dem kleinen Account ein bisschen weiterspiele, oder Ideen und Anregungen habe, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich über alles. Kritik bitte auch äußern, dass man das nächste Mal vielleicht was ändern kann. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Und ciao. 4, 44, 37, 80, 43, 39, 41, 41, 42, 42, Diff Supremeet, 45, 42, 43, 44, 45, 41, 45, 45, 42, 44, 41, 45, 41, 42, 44, 45, 42, 41, 43, 44, 65, 42, абсолютно 35, 42, 42, 41, 41, 43, 43, 42, 42, 41, 43, 44, 45, 46, y 73, 42, 42, 43, 44, 42, 4000.